So, und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Revelation. Wir befinden uns als aktuelles Ziel im Rennen gegen einen weiteren Rekruten. Wir haben in der Zeit ein wenig Vorsprung, den wir wollen... äh, eben da lang. Wollen wir jetzt weiter ausbauen. Da hinunter. So. Na, komm. Na, das war falsch. Na, erst lass mich durch. Äh. Hallo. Ah, okay. Das war jetzt natürlich ein... Sag mal, EZIO sagst du... Sag mir bloß, du kannst da jetzt nicht hochklettern. Hallo. Hallo. Was mit dir los? Guten Tag, EZIO. Nicht schlafen. Du hast deinen Latte Macchiato schon getrunken. Jetzt hat der Latte... Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht grad weiß nicht, was mit EZIO grad los war, aber irgendwie... hat der Einhänger gehabt. Ja, aber bei kann passieren, deswegen... Ich sag dir, ich bin gut. Ich sag dir, ich bin gut. Stürzer abzufangen. So, EZIO, jetzt... Aber jetzt... Darüber... Dann... Hallo. Den hattest du doch schon. Na. Hoch. Der warst du doch schon drin. Eigentlich eine ganz gute Vorstellung. So. Da. Na los. Sag mal. Ah. Hoch. Hoch. Runter. Hallo, ich bin doch durchgeflogen. Sag mal. Was hat denn das für... Muss man da genau durch... Ja, jetzt kann ich's eh gleich vergessen. Ach. Aha. Mensch. Wieso muss man denn nicht einfach mit dem Arm durch den Ring kommen? Das wird reichen. Ach, Mensch. Das muss ich nochmal machen. Irgendwann kann ich's auch im Schlaf. Ich sag dir, ich bin gut. Ja, aber ich bin normalerweise besser. Da rüber. Jetzt sagt er gleich, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja. Woher ich das nur wusste. So, hier hindurch. Habt ihr das gesehen? Darunter. Nein, ich hab dir ein Rücken zugebracht. Und ich hab in meinem Rücken leider keine Augen. Und mein Adlersinn hilft da auch nicht. So, ja, hier schön reingehüpft. Super. Dann hier rüber. Genau, schön durch. Jetzt du lernst dazu. Und hinauf. Hinauf. Festhalten. Dahin durch. Jawohl. Das sieht doch gleich viel besser aus. So, und geschafft. Ihr seid gut, alter Mann. Aber ihr seid auch nicht untalentiert. German, wer ist das? Ah, Ella, komm. Das ist mein neuer Mentor. Ich sagte doch, dass ich Assassine bin, meine Liebe. Und du hast mir nicht geglaubt. Merhaba, Effendin. Wir schnappen nur frische Luft, Ella. Und diskutieren Taktiken und sowas, oder? Nein, wir sprachen darüber, wann eure Ausbildung beginnt. Bei Sonnenaufgang. Jeden Tag. Am Galaterturm. Verstanden? Äh, Evid. Natürlich Mentor. Ja, schicker Schlag bei den Damen. Und wir haben einen neuen Assassinen-Rekruten. Dessen Namen ich jetzt gerade nicht weiß. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal, ob wir unseren Bonded-Level ein wenig nach unten drehen können. Hier haben wir Kurtisanen. Roma heißen die hier. Aber wir suchen jetzt einfach mal nach einem, entweder ein Herold oder einem Augenzeugen oder einem Beamten, den wir, da vorne ist ein Herold, den wir bestechen werden. Dann sinkt schon mal unser Bonded-Level. Guten Tag hier. Ich schenke dir mal was. Aber das hast du nicht von mir. Leider auch nur 25%. So. Oh. Diesen Grund kann man also aufspringen. Das ist ja cool. Dann kann man sich dafür stecken. Das ist super. Ah, uah. Schwarzmarkt. Na, prächt dich. Gut gemacht. Kenne ich dich? Ich möchte gerne mal schauen, was man bei dir kaufen kann. Aha. 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 Und aha. Aha, aha, aha. Schön. Ich hätte gerne einmal die hier. Und... Ja. Das reicht mir schon bald. Viel Glück. Ich möchte eigentlich nur mal das hier aufspringen. Kuh. Ähm, das da. So. Brunnenverstecke freigeschaltet. Eins von 81. Zack. Und weg. Dann gehen wir, würde ich sagen, wieder über die Dächer. Hey. Sehr beeindruckend. Diebe. Ich kann das nicht. Jedenfalls nicht so gut. Waaah. 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 Oh. Guten Tag. Oh, wir sollten mal reparieren gehen. Aber als erstes checken wir mal unsere Aufträge. Ein Adligen vergiften wurde erfolgreich abgeschlossen. Super. Ein neuer potenzieller Assassine wurde angeworben. Super. Fähigkeitspunkte 0. Fähigkeitspunkte 0. Er ist noch auf Mission. Immer noch. Wie lange denn? Und wir können noch einen Assassin hinzufügen. Aber wir schicken erst mal wieder ein paar auf Mission. Und zwar hier. Einmal den hier. Drucken aussperren. Wählen. Wobei das gibt eigentlich fast keine EP. Können wir nicht sowas machen? Ne? Oder so einen. Und dann hier beide gehen. Das wird euch viel mehr bringen. Für 5 Minuten. Mission akzeptieren. 99% und es gibt auch noch 2000. Credits. Gut. So weit, so gut. Jetzt suchen wir uns einen... Oh. Oh, was sehe ich denn da? Ein Origami-Papier. Jetzt haben wir schon 12. Ich glaube noch 3 weitere, dann haben wir wieder ein... Oh, ich sehe was auf der Karte. Ich sehe was auf der Karte. Wenn mich nicht alles täuscht, wählen wir einmal die Wurfmesser an. Äh, noch so ein Irrer. Nix. Und schau maa. Ui, 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 ui. Schaffe ich die? Jawohl, 50% Minus. Sehr schön. Und ausrauben, weil ich hätte gerne mein Messer wieder. Oh, die haben wir auch ordentlich dabei. Ja, der ist nicht... Aber er hat uns gleich wieder 3 Wurfmesser gegeben. So, jetzt bräuchte ich noch ein Herold. Ein Herold. Der Harald. Ach, bestechen wir einfach den gleichen noch einmal. Hier, kriegst du noch mal Geld von mir. Aber dafür hältst du jetzt auch die Klappe. Jetzt sind wir wieder clear. Incognito. Was haben wir denn da? Eine Druhe. Aufschlag bösenvoll. Ja, ich schau mal wieder. Wir werden verschiedenere Bomben herstellen. Aber ich laufe hier irgendwie gerade nur so blöd durch die Gegend. Dabei wollte ich doch einen Schmied aufsuchen. Wo ist der nächste Schmied da? Entweder dort unten oder dort oben. Aber... Oh, oh. Ha. Ha. Ich habe irgendwas im Hals. Dort unten ist... Neher. Neher. Äh. Eine Marke setzen. Hui. Hui. Um schneller. Was mir ein bisschen fehlt, sind die Pferde. Und schaut, was er zu bieten hat. Die sind irgendwie nicht mehr in dem... In der Stadt. Ich weiß es nicht, ob man auch außerhalb irgendwie kommt. Aber ich schätze, es wird... Ist ein... Ist von der... Von der Map so aufgebaut wie... Assassin's Creed Brotherhood. Dass es nur noch eine große Map gibt. Mit ein paar... Kleineren Maps. Und... Ja, deshalb wird es wahrscheinlich... Und... Wahrscheinlich ist jetzt auch nicht gerade so groß... Die Map, dass man hier unbedingt Pferde braucht. Aber es war, fand ich, ein schönes Foto. Das hat mir immer gut gefallen. Ja. Renovieren, bitte. Renovieren, bitte. Falscher Takt. Falscher Ding. Tickt. So. So. Ich hätte gern einmal komplett Reparatur. Ne? Ne? Sprechen. Ihr fürchtet um die Sicherheit eures Halt? Sprechen. Einmal bitte. Reparieren. Alles reparieren. Jawohl. Alles reparieren. Keine Rüstung beschädigt. Gut. Haben wir was Neues zu kaufen? Nein. Haben wir Waffen zu kaufen? Vielleicht ein neues Schwert? Nein. Eine neue kleine Waffe. Die haben wir ja eigentlich gar nicht so oft benutzt. Die könnten wir eigentlich öfter so benutzen. Aber eine Armbrust haben wir nicht genug Geld. Na toll. Und Munition. Wurfmesser voll. Ja, eins fehlt. Aber ich finde die sehen ziemlich cool aus. Komponenten brauchen wir nicht. Haben wir gehört. Es war mir eine Freude. Gut. Da ist noch ein Bücherladen. Ich glaube wir machen reparieren mit ein wenig. Kaufen. Ich trinke mal schnell einen Schupp. Heute ist ein Sprechen. Guten Tag. Ich würde mir gerne ein paar Bücher kaufen. Und zwar einmal die Odyssey. Kaufen. Ja, gut. Dann einmal eine Ace kaufen. Kaufen. Oh, he he. Mu-Ala-Kat-Ala-Kat-Kat-Kla-Pla-Pla. Kaufen. Ich hoffe ich musste die nicht anlesen. Geografie von Pop-Ptolemyos. Kaufen. Gekauft. Geschichte der Könige Britanniens. Kaufen. Kaufen. Gekauft. Heimskrilinga. Kaufen. 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 Das Buch der Prophezeiungen. Christoph Kolumbus. Schon ganz schön teuer. Und der goldene Esel ist auch ganz schön teuer. Und dafür haben wir überhaupt gar nicht genügend Geld. Huiuiuiui. Ja, das soll erstmal reichen. Schatzkarten vielleicht noch ein paar. Ja, kaufen wir mal das hier. Und das hier. Den kaiserlichen Bezirk. Der sollte reichen. F. Aristan. Ein schönes Geschick. Gut. Dann machen wir mal den Marker weg. Zack. Marker ist entfernt. Und wir haben hier einen Bürger, den wir einmal rekrutieren können. Ich will immer retten sagen, weil in Brotherhood musste man die immer vor dem Tempel befreien oder retten. Und da muss man die immer abschlachten. Und was ist denn das hier? Und was ist denn das hier? Vielen Dank.